Das ICF United Camp an Ostern 2012 in Ruhpolding. Die erste Konferenz des ICF München mit Tobias Teichen und der ICF München Band. Auf Kinder im Alter von 1 bis 12 wartet das kunterbunte Kinder-ICF-Haus. Besuche vielfältige und vertiefende Seminare und Workshops. Genieße vier Tage mit lebendigen Celebrations und vielen Freizeitangeboten bei Tag und Nacht. Das ICF United Camp an Ostern 2012 in Ruhpolding.